Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Top 5 mit eurer Schande für die Podcast-Welt, die drei Jungs von Nerdtalk, Andi, Phil und ich. Das ist jetzt ja schon ein Foreshadowing. Genau, Foreshadowing. Ich finde es auch sehr schön, dass du so sagst, Andi, Phil und ich, also im Grunde hast du alle mit Namen vorgestellt, aber dich jetzt nicht so. Also nennen wir dich jetzt die gesamte Sendung über ich? Ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Oh Gott. Es ist quasi altbibelisch. Also solange sozusagen das königliche Sie mitgeführt wird, ist es, ja. Jede Art von königlicher Anrede ist mir recht. Okay, euer Majestät. So sieht es aus. So, wohl das Mindeste, ja. Naja, auf jeden Fall, ja, dem Phil ist schon ein kalter Schauer über den Rücken gegangen bei dieser unfassbar pointierten Anmoderation, denn unser Thema heute für diese Top 5 lautet Top 5 Filme, die eine Schande sind für ihr Genre. Eine absolute Schande. Nicht nur schlecht, sondern einfach, oh mein Gott, dieser Film hat das Genre um zehn Jahre zurückgesetzt. Beschmutzt. Ja, beschmutzt. So sieht es aus, genau. Ja, also. Gibt es Fragen? Ah nee, besser nicht. Besser nicht, oder? Nur über meinen Anwalt. Genau, kommt dann irgendwann im Laufe der Sendung wahrscheinlich zu tragen. Genau, ja. Wo dann Phil so rauskommt mit so, die Truman Show. Und also wie, irgendwie eine 8,1 auf ihrem DB. Ja. Ja, aber, aber, äh, nein, ich sag noch nichts. Nein, ich, ich, ich. Nee, sag, nee, komm, 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 doch, 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 doch. Wollen wir lieber vorher erklären. Nein, 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 ja, komm. Hat ihr denn ein bisschen Speck um eure Liste? Oder seid ihr ganz eng geschnitten auf vier plus irgendwie eins? Ganz eng. Ich hab fünf plus eins. Na gut, das ist okay. Fünf plus eins, wobei das eins auch schon nicht mehr so geil ist. Ja, darum ging's ja. Und tatsächlich ist es bei mir so, dass ich da nicht ausschließlich mega schlechte Filme habe, sondern einfach auch Filme, die in einem Genre unterwegs sind und einfach diesem Genre auch in den Ansätzen, wie ich finde, nicht gerecht werden. Was nicht bedeutet, dass sie schlecht produziert sind oder schlecht gemacht sind oder so, sondern einfach irgendwie diesem Anspruch, den du da so nicht, ja. Nee, wir möchten ja, wir möchten ja hier auch nicht irgendwie, wie heißt dieses komische Billow-Studio nochmal, das nur Scheiße raushaut? Asylum? Asylum, genau. Ja, genau, also da haben wir natürlich, ich möchte jetzt hier nicht Battle Star Wars hören irgendwie. Nee, nee. Ja, weil das irgendwie Schrott ist. Ja klar, das ist halt offensichtlicher Schrott. Genau, das ist ja auch noch was. Wirklich, genau, Filme, die sich wirklich ernst nehmen, die rausgehen und sagen, hey, wir sind ein Film in diesem Genre, aber eigentlich, wo man sich so denkt, also nee, sorry, in diesem Genre ist das einfach eine totale Frechheit. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Na gut, dann wäre das geklärt fürs Erste. Fürs Erste, genau. Dann würde ich mal sagen, fängt Phil diesmal einfach an. Okay, ja, ich bin top vorbereitet, ja, spielt bitte das Rocky Theme im Hintergrund, das wird jetzt die beste Sendung, die ich jemals abgeliefert habe. Oh, jetzt aber, die Latte liegt wahnsinnig hoch. Ja, 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 ja. Also genau, schöne Metapher eigentlich auch für, ne, für Filme, die eine Schande sind, weil auch die haben alles, sind angetreten mit hehren Zielen und dann einfach am Ende doch nicht delivered. Aber gut, wir sind gespannt. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, wie viele Low Hanging Fruits oder gemeinte Low Hanging Fruits wir hier dabei haben. Ähm, ich nehme erstmal einen Film, den ihr, glaube ich, nicht gesehen habt, für mich aber eine absolute Low Hanging Fruits ist. Ähm, es geht um das Genre, äh, ich habe extra nachgeschlagen, was das für ein Genre sein soll. Es geht um das Genre Fantasy, ja, und es geht um Daniel der Zauberer. Ach Gott. Daniel Kübelböcks Umsetzung von Daniel der Zauberer. Ist das ein Fantasy? Ich habe nachschlagen müssen. Ja, ist das nicht ein Drama? Nein, am Ende geht es ja dann darum, dass das, äh, äh, Daniel der Kübelböck irgendwie dann ein Zauberer wird und allen das Gute, äh, bringt und die positive Stimmung, die er ja auch in sich trägt, obwohl er ja so der Außenseiter ist und total an sich zweifelt. Und, äh, dann kommt ja auch ein Zauberer und redet ihm da gut zu und so etwas. Also die Storyline ist ja an sich schon weird, die Umsetzung ist wirklich, wirklich ausgesprochen grausam. Und das ist halt auch ein Film, der, der, der nicht, ja, der sich ernst nimmt, der eigentlich gut gedacht war. Und dann, wir kennen es ja selber noch, vielleicht noch von früher, Daniel Kübelböck. Und, ähm, Daniel der Zauberer hat ja durchaus in der Szene sozusagen dann einen, einen Zustrom erhalten. Aber wenn sich das... Naja, wie Trash halt, ne? In der Kübelböck-Scene. Ja, ist ja, ist ja wirklich so. Ist ja wirklich so. Aber, alter, was für... Also, wirklich, ein, ein, nicht ein Film, der gemacht wurde, um schlecht zu sein. Nein, der versucht, er sich ernst zu nehmen. Und auch nicht ein Film, wo du einfach so sagst, okay, der, 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 der schmerzt, also er schmerzt tatsächlich, weil er wehtut. Aber das Spannende an der Sache ist ja, er ist ja tatsächlich so gut gemeint. Und das ist so ein ganz grausames Dilemma. Aber wenn man einfach mal sachlich drauf guckt, der ist grausam. Ich muss dazu sagen, ich hab den noch nie, ich hab den noch nie gesehen. Deswegen fällt mir das schwer, das so ein bisschen einzuschätzen. Aber, ähm, ist der wirklich angetreten mit, wir nehmen uns hier jetzt ernst? Also, hat sich da nicht einfach nur irgendwer gedacht, so, komm, wir machen jetzt einfach irgendwie, Hauptsache Scheiße. Jede beschissene Idee geht. Ja, das wäre ja, äh, Kartoffelsalat. Das wäre ja Kartoffelsalat von Fresh Torge, ähm, wo wirklich er dann sagt. Ach, der Phil kennt sich aus, aber, ne? Ja. In seinem Metier, ja. Die großen Mann, ey. In drei Wochen kommt auch der neue, der neue Film von Dagi Bee in die Kinos, ja. Oh. Nein. Ehrlich? Nein, 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 nein. Da gehört er hin aktuell, ja. Ganz genau, ja. Läuft gegen Tenet. Ja. Nee, aber meines Wissens ist das tatsächlich ein ernst gemeinter Film. Und das macht die Sache so, äh, grausam. Dass da Daniel Kübelböck einfach sagte, hey, ich will jetzt, ich hab die coole Idee, ich hab hier ne Fanbase, ich hab, ich bin einfach auch, und da, ich bin von Inneren überzeugt, da wirklich diese positive Energie, die er da ja auch in DSDS hatte und so etwas, dann halt in einen Film zu packen. Und er ist halt krass gescheitert dabei, krass gescheitert, ganz, ganz schlimm. Tja, kann man, kann man nichts gegen sagen? Ja, also, äh, so. Ja. Na gut. Ja, äh, Gott hab ihn selig. Ja, tatsächlich, total ernst gemeint. Ja, zumindest dieses Machwerk der Welt hinterlassen, ja. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte eigentlich ein paar von seinen Songs, mochte ich. You Drive Me Crazy fand ich toll. Nee, You Drive Me Crazy jetzt nicht, aber der hatte so, warte, der hatte so ein Song, der, der war richtig so, wo ich so dachte, geil, muss ich gleich mal, gleich mal bei Spotify gucken. Aber der hatte irgendeinen Song, den fand ich echt gut. Also, das ist jetzt, kann man sich jetzt nach der Zeit mal outen, oder? Jazz Meets Blues, aha. Positiv. Ja, okay, vielleicht war das auch von diesem späteren Album. Ja, ist ja egal. Irgendwie Jazz Covered, keine Ahnung. Ja, oder vielleicht mochte ich auch einfach seine Stimme, keine Ahnung. Daran wird's liegen. Ja, vielleicht, also vielleicht, ja, vielleicht fand ich irgendwie die Stimme gut. Keine Ahnung, naja. Gut, ähm, mein Pick, mein erster Pick in diesem Ding ist, äh, ebenfalls ein Film, der tatsächlich antritt, sich ernst nimmt, ähm, ja, das sag ich jetzt nicht, weil das verrät jetzt auch eigentlich, wo, wo die Reise hingeht, ähm, aber der, wo man schon geahnt hat, oh, oh, das, das geht gerade in eine ganz falsche Richtung, äh, und der Film hat, war dann einfach sozusagen eigentlich der Sargnagel, äh, für den Regisseur erst mal, äh, nämlich The Happening von M. Night Shyamalan. Ähm, ähm, ein Film aus dem Horror, Fantasy-Genre, möchte man eigentlich sagen, Thriller, irgendwie so, ähm, und einfach eine absolute Frechheit. Und ich kann, also ich muss den nochmal gucken, weil ich kann jetzt, äh, ich hab den einmal gesehen in einem, in einem Kino, auf bei Champs-Élysées, ähm, und, äh, kann mich dementsprechend gar nicht mehr so sehr an Einzelheiten der Erinnerung, äh, der Handlung erinnern, aber ich erinnere mich, dass ich wirklich da saß und mir so dachte, what the fuck passiert hier gerade? Dieser Film ist so schlecht inszeniert und so, so plump und, und da sind so komische Scars drin, die gar keine Scars sind, die eigentlich nur lächerlich wirken. Dabei ist die Prämisse von dem Film, und ich glaub, das macht, das macht den sozusagen so schändlich, die Prämisse von dem Film ist ja eigentlich nicht schlecht. Also diese Öko-Botschaft von wegen, okay, die, die Welt wendet sich jetzt sozusagen gegen die Menschen und die Natur beginnt, Leute zu töten. Aber wie das gemacht ist in diesem Film, ist einfach so peinlich, also so cringe einfach, dass man, dass man so da sitzt und sich denkt, oh weia, hier läuft ja gerade richtig was schief irgendwie. Und dann ist ja auch so komisch geschauspielert und dann spielt da Mark Wahlberg mit und Zooey Deschanel und irgendwie, ja, also, kann man sich irgendwie keinen Reim drauf machen aus diesem Film. Also eine totale, eine totale Schande für das Horror-Thriller-Genre. Aber, ähm, ganz schrecklicher Film. Ging zum Glück ja an mir vorbei. Ich habe immer nur davon gehört, wie grausam, ganz genau, wie grausam das sei. Und das ist jetzt natürlich jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt, äh, große Interesse daran hätte, das nachzuholen. Weil es ist jetzt nicht so vernichtend wie andere Filme, wo man sagt, okay, du musst dir die angucken, weil der so grausam schlecht ist. Hashtag Daniel, der Zauberer. Ähm, ähm, äh, sondern es ist einfach ein schlechter Film und tatsächlich wüsste ich da jetzt nicht, warum ich mir das angucken sollte. Ja. Ja. Also ich meine mich zu erinnern, dass der damals mit dem Trailer auch so Erwartungen geschürt hat, der dann, denen er dann im Film dann überhaupt nicht gerecht geworden ist. Irgendwie so, du denkst dir, oh, Steyr Mellon, ja, oh, hier, sechste Sinn, siebte Sinn, sechste Sinn, oh, super, super, genau, sechste Sinn, macht immer super tolle Filme. Und dann guckst du dir den an und denkst dir, wie, das war es jetzt? Äh, irgendwie, oh, da habe ich jetzt aber nie erwartet. Ja, klar, ich meine, die Marketingmaschinerie hat halt noch, äh, sozusagen funktioniert. Der Name hat halt noch gezogen, ne, weil er hat ja davor das Mädchen aus dem Wasser gemacht, was ja schon auch so fragwürdig war, aber wo man dachte, ja, okay, ist ein Märchen, ja, lassen wir mal durchgehen. Ähm, und davor ja The Village, den ich überragend finde einfach, aber auch da hat sich schon gezeigt, ne, wie, wie schwerwiegend, äh, für den Erfolg von so einem Film oder für die Rezeption von so einem Film auch Missmarketing sein kann, weil The Village einfach auch als brettharter Horrorfilm inszeniert wurde und das ist ja halt gar nicht, das ist halt so ein Period-Drama eigentlich, mit ein bisschen Grusel. Ähm, und deswegen hat das halt überhaupt nicht, äh, ja, gefruchtet bei der, bei dem Publikum. Und, äh, der Name Shyamalan hat er halt leider, oder was heißt leider, hat er halt noch gezogen, als dann The Happening kam und nach Happening waren sich dann alle einig. Jo, gut, nach den vier Filmen können wir dann jetzt auch erstmal einen Strich ziehen unter M. Night Shyamalan und vielleicht kommt er in zehn Jahren nochmal wieder. Und er hat sich dann ja auch ein bisschen rehabilitiert. Ich wollte gerade sagen, der kam ja auch wieder, so. Genau, also, er ist nicht, also, es fehlt mir noch der Film, wo ich sag, boah, da ist er jetzt wieder voll zurück. Genau, aber ich fand The Visit nicht schlecht, der war, der war sehr cool. Äh, ich fand ihn jetzt auch sozusagen als ausschörenden Produzenten hier bei, ähm, äh, der Apple TV Plus Servant Serie, fand ich, fand ich auch nicht übel. Da hat er auch, glaube ich, in ein, zwei Folgen Regie geführt. Ähm, aber so der Megafilm fehlt da jetzt noch. Und ich hoffe einfach, dass M. Night Shyamalan jetzt nochmal mit irgendeinem Film in den nächsten Jahren um die Ecke kommt. Das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, im Podcast. Ähm, wo die Welt dann nochmal so sagt, so, boah, krass, doch, der nächste Hitchcock-Song. Ja, aber das fehlt halt leider noch, weil ich glaube, ich glaube, der Name ist auch einfach jetzt ein bisschen zu sehr behaftet mit Erwartungshaltung und so. Er hat sein eigenes Grab geschaufelt, so ein bisschen. Tja, schauen wir mal, was ist jetzt noch erwartet. Und die. Ja, also ich hatte mit dieser Kategorie meine derbsten Probleme, weil ich so das Gefühl habe, über alle Filme, die einen irgendwie schon mal enttäuscht haben, die deswegen auch quasi für einen selber als Schande des Genres gelten, hat man schon mal gesprochen. Und so viele schlechte Filme habe ich dann letztlich auch gar nicht gesehen. Und an die erinnere ich mich dann auch großteils gar nicht. So zum Beispiel an meinen ersten Pick, den Film, glaube ein Netflix-Original, I.O. Oh, das war so ein Endzeit-Film, in dem es damals darum ging, dass die Erde unbewohnbar ist, dass es quasi nur noch ganz wenige Raumschiffe gibt, die zu einem anderen Planeten aufbrechen, aber eine junge Tochter eines Wissenschaftlers die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat und in ihrer kleinen Experimentierstation irgendwie noch die Rettung für die Erde machen will. Dort trifft sie dann, glaube ich, einen Soldaten, der auf dieses letzte Schiff, das die Erde verlässt, und die beiden erleben dann Sachen, an die ich mich heute schon nicht mehr erinnern kann. Und sowas regt mich immer auf, weil gerade diese Endzeit-Szenarien finde ich immer richtig toll. Da gibt es so tolle Filme wie zum Beispiel The Road mit Viggo Mortensen, so dieses alles total kaputt und zerstört und wie überleben jetzt die Menschen. Und das finde ich eigentlich ein wirklich sehr schönes Setting, das so dazu herausfordert, zu zeigen, was Menschen denn in solchen Extremsituationen machen. Und hier verkackt I.O. irgendwie total, weil die Leute sind einem irgendwie total egal. Die Handlung ist weder spannend noch actionreich. Ich kann mich nur erinnern, dass die Hauptdarstellerin immer sehr hoffnungsvoll mit einem apathischen Blick in Richtung Horizont geguckt hat, in jeder zweiten Szene. Ja, aber das hat auch Bedeutung. Ja, ja, klar. Sie sehnt sich danach, in einem anderen Film zu sein. Genau, vermutlich. Also für das Genre des Endzeit-Films ist da wirklich eine ganz schlimme Sache. Ja, verständlich. Ja, kann ich vollkommen noch verziehen. Tja. So, dann ist Phil wieder. Yes. Dein zweiter Pick. Ja, ich mache mich jetzt mal bei den ganzen Hörern unbeliebt. Ja. Denn ich hole mir einen Film heraus. Lasst mich kurz nachschlagen. Ich glaube, er war im Jahre 2016 der erfolgreichste deutsche Film. Das ist für mich komplett nicht verständlich. Oh, ja. Für mich ist die Komödie Willkommen bei den Hartmanns eine absolute Schande. Hat man genannt, ne? Ja, ja. Irgendwann. Vielleicht auch bei den... Was hatten wir denn, die Top 5 rassistischen Filme? Ja, irgendwie sowas. Das hatten wir tatsächlich nicht. Aber Willkommen bei den Hartmanns fällt genau in diese Kategorie. Also, es geht da ja um, wie heißt der? Dialo. Ein, lass mich kurz nachschlagen, ein Marokkaner, glaube ich, der hier in Deutschland Unterschlupf sucht, als Flüchtling tatsächlich nach Deutschland kommt. Und die dann doch recht elitären Hartmanns wollen dann einfach aus Gutmenschlichkeit, um ja mal so ein, schon mal ein Framing zu betreiben, dann diesen, diesen, diesen Flüchtling aufnehmen. Und was dieser Film halt von vorne bis hinten macht, ist tatsächlich genau diese teils rassistischen, teils volksverhetzenden Thesen, die gerade so im Jahre 2015, 2016, 2016 kam dieser Film ja auch aus, aufgrund der Flüchtlingskrise sowieso irgendwo in der Mitte der Gesellschaft standen und dort kritisch, wir alle kritisch irgendwie damit umgehen müssen, dass das uns nicht entgleitet. Die AfD ist irgendwie gerade richtig groß geworden und in diesen, in dieses sehr instabile gesellschaftliche Konstrukt kommt Willkommen bei den Hartmanns, haut alle Sprüche der AfD, haut alle Witze, die man so auf Flüchtlinge und Schwarze machen kann, haut die einfach raus. Und reflektiert die in keinster Weise und generiert damit Schenkelklopferhumor. Und das ist schon schlimm und dass dann tatsächlich auch noch so viele Leute sich diesen Film angeguckt haben und auch noch diesen so abfeiern, ist für mich wirklich eine Schande. Oh, ganz grausam. Am Ende, ich hab den auch nicht gesehen, aber am Ende verkauft der Film das einem aber als, ja, nee, eigentlich sind die ja ganz nett, die Schwarzen. Ja, natürlich, natürlich. Also, weil der bleibt ja, der haut ja nicht einfach nur diese Sprüche raus, sondern die Hartmanns, die tauen dann auf und merken dann, nee, ist eigentlich doch schon, ist eigentlich doch ein Guter. Genau, ist ein Guter und auch Schwarze können ja arbeiten und können sich integrieren und so etwas und natürlich läuft das alles auf ein Happy End hinaus, oh Wunder. So, aber es ist einfach der … Das sind eigentlich gute Absichten. Ja, also, ne? Ja, natürlich, also aus diesem Blickwinkel ist es natürlich eine gute Absicht und ich hab hier gerade auch mal so ein kurzes Statement von dem Regisseur und Drehbuchschreiber, warte mal, wie wird er ausgesprochen, Simon Verhofen, Verhöfen, der dann halt so sagt … Ja, Moment, ist das, ist das, ach nee, ich … Regisseur und Drehbuch, genau. Verhöfen. Verhöfen. Der hat doch Starship Troopers gemacht. Genau, nee, ich dachte gerade irgendwie an Simon Gose-Johann, das ist auch nicht richtig. Nee, das ist … Auch nicht richtig. Ganz genau, nee, der gute Jungen hat zum Beispiel Männer … Starship Troopers und willkommen bei den Hartmanns. Männerherzen gemacht oder unfriend und willkommen bei den Hartmanns und der sagt halt auch selber irgendwie, und das ist eigentlich so das Bittere, ja, es ist mit Sicherheit ein Stück Gesellschaftssatire und auch immer nicht politisch korrekt, aber gerade in diesen Zeiten, denke ich, sagt er so, der allgemeinen deutschen Verwirrung und Anspannung ist es sehr wichtig, dass wir alle unseren Humor nicht verlieren und wieder bei uns selbst schmunzeln können. Wo ich denke, nein, gerade in dieser Zeit, wo dieser Film rauskommt, 2016, Flüchtlingskrise, AfD, ist rising sozusagen, da kann man nicht unreflektiert einfach mal was zum Schmunzeln reinpacken, sondern muss da auch mal dann … Man kann, glaube ich, schon eine Komödie mit einem klaren Statement rausbringen und das hat dieser Film in keinster Weise gemacht, sondern er bedient das alles, stellt das in irgendwie einen pseudo-lustigen Kontext und meint dann, das sei mit dem Augenzwinkern. Nein, nein. Ja, das ist halt ein schmaler Grad, weil das, was der Regisseur da sagt, das meint er bestimmt, weil das Studio oder die verantwortlichen, ausführenden Produzenten, wie auch immer, die saßen bestimmt in so einem Meetingraum und dachten sich so, Mensch, das ist genau der Film, den Deutschland jetzt braucht. Dann machen wir mal ein klares Statement, bekennen uns mal dazu, dass Flüchtlinge auch Menschen sind und das ist genau richtig. Aber halt eben, wie du ja hier selber gemerkt hast, es ist halt ein schmaler Grad, weil du eben sehr schnell dann so einen Film machen kannst, der nicht nur in dem Jahr, wo er rauskommt, vielleicht problematisch ist und nicht funktioniert, sondern wo man sich unter Umständen in 20 Jahren dann auch nochmal für entschuldigen muss. So erlebt er jetzt gerade, fand ich ganz interessant, hätte ich neulich in einem Podcast gehört, dass ja Otto der Film halt auch unter der ganzen Black Lives Matter Debatte auch sozusagen nochmal ganz kritisch diskutiert wurde, weil da eben auch dieser eine schwarze Charakter ist und dann ein rassistischer Spruch und ein blödes Klischee nach dem anderen ihm dann irgendwie an den Kopf geworfen wird. Aber gleichzeitig ist es dann aber auch so, nee, er ist aber halt ein guter Schwarzer und spricht ja perfektes Hochdeutsch so, ist dann halt immer so, ja, das einen, also das einen Humor ist des anderen Beleidigungen und Schritt zu weit, ne? Ja, ganz genau. Also der Film wird nicht gut altern und von daher auch, aber auch gerade in seiner Zeit eine Schande für das Komödiensgenre. Ja, gleich Heiner Lauterbach canceln. Genau. Klar, so. Naja, gut, jetzt gucke ich mal hier auf die Liste. Phil, dann bin ich jetzt dran, oder? Ja, Mensch, so schnell kann es gehen. Ich schreibe nochmal schnell Willkommen bei den Hartmanns auf. Willkommen bei den Hartmanns. Mein Film ist auch eine Komödie aus dem Jahr 2011 gesehen im, äh, Gott, wie hieß der denn? Im Matheser in München. Die hatten eine Sneak ihrer Zeit auch mal. Und da dachte ich so, ach, gehst du mal hin? War, glaube ich, eins von zwei oder drei Malen, wo ich hingegangen bin, weil ich dann gemerkt habe, die Filmauswahl lässt jetzt schon ein bisschen zu wünschen übrig. Und es war keine OV-Sneak, was ich auch ein bisschen schade fand. Auf jeden Fall wurde mir da mal ein Film gezeigt, und zwar heißt der Die Trauzeugen. Das ist eine britische Komödie, wie gesagt, aus dem Jahr 2011. Und ich bin rausgegangen. Warum? Ich konnte diese Ansammlung an dummen, menschenverachteten, egal, Witzen, wo wirklich Leute um mich herum gegrölt haben, wie beknackt, konnte ich einfach nicht ertragen. Also da war auch nichts mit irgendwie, man lässt sich irgendwie anstecken von der Woge der Begeisterung, die da irgendwie um einen herum ist oder so. Sondern ich saß so da und dachte, das kann nicht sein, dass ihr jetzt darüber lacht. Es kann nicht sein, dass irgendwie ein Tritt in die Eier und irgendwie einer wird angeschissen oder irgendwas. Also dass das irgendwie als Humor durchgeht. Also ich saß so wirklich da und habe mich so gefühlt irgendwie, ich will es nicht mal aufs Alter schieben, weil ich meine, ich war da ja auch noch deutlich jünger. Aber ich habe mich da gefühlt irgendwie, als wäre ich irgendwie Aufpasser für die ganzen Kiddies, die hier irgendwie gerade im Kino sitzen und zum ersten Mal irgendwie einen Pimmelwitz hören. Weißt du, also da dachte ich mir so, das ist unerträglich einfach. Ich habe den nicht ertragen, den Film. Und dann auch noch so ein generischer Titel natürlich, die Trauzeugen. Da spielt dieser eine Typ aus, wie heißt der Film nochmal? Love Actually mit Colin, der Fickbritte. Der mit 100 Komoot. Der Fickbritte. Ja, der mit 100 Kondomen nach Amerika fliegt, um da die Supermodels zu bumsen, die ihn alle natürlich anhimmeln. Genau, Sir Colin. Und sozusagen dieser Film hat sich ein bisschen angefühlt, als hätte man sozusagen ein Spin-off über diesen Charakter gemacht und diesem Charakter auch erlaubt, das Drehbuch zu schreiben. So ungefähr hat sich die Trauzeugen angefühlt. Genau, also nach Möglichkeit eine Schande für diesen Film, nach Möglichkeit eine Schande für dieses Genre, Komödie, macht nach Möglichkeit einen riesen Bogen um diesen Film mit diesem wahnsinnig generischen Titel. Ja, für den folgenden Film habe ich erst vor gar nicht allzu langer Zeit auch bei Nerdtalk auf unseren sozialen Kanälen viele, viele Warnungen ausgestoßen. Oh ja, ich schreibe schon mal auf. Und zwar eine echte Schande für das Action-Genre finde ich ja Gemini-Man mit Will Smith, also die Neuverfilmung. Ich finde es okay, wenn ein Film Action hat. Wie, was heißt Neuverfilmung? Ja, es gab ja eigentlich den Gemini-Man, ist ja eigentlich ein Remake gewesen, ne? Ehrlich? Ich glaube, den gab es in den 60ern oder 70ern schon mal. Ah, okay, wusste ich nicht. Also ich kann ja damit leben, wenn ein Action-Film total over the top ist, ne? Sowas haben wir ja häufiger mal, sowas wie Crank finde ich ja auch mal ganz cool. Oder was hatten wir letztens hier, ganz akimbo, auch ein Film, der ein bisschen drüber ist, wo ich mir sage, ja komm, es ist drüber, es ist nicht realistisch, aber die Filme haben auch keinen Anspruch, realistisch zu sein. Aber Gemini-Man, das war so ein Film, wo man sich als Zuschauer wirklich für dumm verkauft hält, wo man sich dann denkt, nee Leute, das ist jetzt nicht nur unrealistisch, sondern das ist unverschämt, mir sowas irgendwie als realistische oder Handlungen darzustellen, die ich dann auch noch irgendwie spannend finden soll. Und der hat mich wirklich sehr, sehr aufgeregt und ich rege mich eigentlich nicht häufig auf. Dann denke ich mir immer, ja Gott, jetzt habe ich meine Zeit damit zwar verschwendet, aber nicht dramatisch. Aber der war wirklich so, dass ich mir denke, ey, wie kann man vor allem auch mit so einem doch relativ bekannten Star, der sicherlich ein zweistelliges Millionengehalt dafür kriegt, so einen Dreck abliefern. Echt traurig. Ja, ich habe da auch nichts Gutes gehört über den Film. Das Einzige, was mich halt interessiert hätte, wäre halt diese HFR-Geschichte gewesen. Also High Framerate, weil der irgendwie, glaube ich, mit 60 Bildern oder so gedreht ist. Oder 120 sogar, wenn ich mich nicht täusche. Was ja schon interessant ist, also rein aus einer technischen Sicht. Und tatsächlich soll dieses De-Aging stellenweise auch ganz gut funktionieren und stellenweise halt komplett versagen. Das wäre auch noch ein technischer Aspekt, den ich ganz interessant finde. Aber ich habe schon gehört, dass der wahnsinnig beknackt sein soll und dann auch sozusagen die eigenen, sich nicht an die eigenen Gesetze oder die interne Logik dieses Films hält, wo auf einmal dann Will Smith der absolute Übermensch ist und jeden platt macht, aber dann plötzlich in der entscheidenden Szene halt schlapp macht und du dir so denkst, hä, warum das denn jetzt? Also ich dachte, der kann sich irgendwie mit so einer ... Ein Mann Mitte 50. Ja, ja, eben, genau. So viel sei verraten. Ja, komisch. Traurig. Komische Ausgangslage da, ja. Ja, verständlich. Na gut, Phil, Pick Nummer drei. Ich bleibe erst einmal ernst. Ja, gerade eben haben wir es schon über Schande. Willkommen bei den Hartmanns war dein letzter Pick. Genau. Also, ja, aber da waren wir ja auch so bei rassistischen Vorwürfen und so etwas, was dann einfach nicht so gut ist für die Komödie. Und ich bleibe mal ernst und zwar möchte ich gerne mal die gut gemeinte, aber schlecht gemachte Dokumentationen kleine Germanen abstrafen. kleine Germanen erzählt eigen oder will eigentlich erzählen, wie, ja, so, so Rechtsradikalismus in der, äh, Dings, in der, wie heißt das, in, 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 in der Kindheit. In der Kita. In der Kita, ja. In der Kindheit passiert und wie dann im Grunde so ein Framing sozusagen stattfindet. Und das, äh, wird teilweise tatsächlich gerade recht offensiv, zumindest in meinem Amazon-Profil, dann halt tatsächlich bei Amazon Prime, äh, gefeatured. Ansonsten wabert das einem immer wieder mal. Die ARD hat das auch gerade in der Mediathek. Ähm, ja, und, äh, was diese Doku tatsächlich falsch macht, meines Erachtens, äh, es ist ja grundsätzlich nicht schlecht, einfach auch mal, äh, Rechte zum, zur Sprache kommen zu lassen. So wird zum Beispiel, werden dort, ähm, Götz Kubitschek und von ihm seine Lebensgefährten Elin Kusica, die mir so nichts sagen, sagten bisher, ähm, äh, kommen zu Wort. Ganz genau, ja, tatsächlich spricht schon fast für mich. Die sind, äh, ja, so, so Vordenker, Neurechte Vordenker und Verleger, äh, und auch so, ja, hetzerisch unterwegs und die werden in eine ganz, also in eine ganz schon ländliche Szenerie gesetzt und bekommen viel Screen Time, um einfach so darzustellen, dass doch eigentlich alles nur was mit deutscher Bodenständigkeit und guten Tugenden zu tun hat und die können also da, äh, sich quasi schon fast reinwaschen, äh, mit, mit ihren, äh, Ideologien und der, äh, die Dokumentation stellt das nicht in Kontext, ja, die, 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 die stellt, die sagt ja nicht, okay, an dieser Stelle hat Kubitschek was Falsches gesagt, an der Stelle. Ja, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Nee, ja, no shit so, ne? Äh, äh, also das, das, das ist ganz schlimm und dann gibt es aber auf der anderen Seite, natürlich gibt es Gegenstimmen, dann gibt es da irgendwie so ein, so ein Hilfsverein, ähm, von, von, äh, Aussteigern aus Nationalsozial, äh, aus Neurechten, äh, Familien und so etwas, aber diese Leute, äh, äh, die, 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 die kommentieren nur aus dem Off, die erhalten kein bisschen persönliche Screentime, obwohl sie mit Namen und mit Vereinen genannt werden und damit auch identifizierbar wären, sonst hätte ich ja gesagt, okay, die wollen da, die haben da Angst vor Übergriffen und wollen deswegen so ein bisschen halb und anonym bleiben. Ähm, nein, da werden national bekannte Wissenschaftler und Vereins, äh, Vorsitzende und so etwas, äh, interviewt, aber die dürfen nur aus dem Off kommen und so ein bisschen was, äh, erzählen, aber tatsächlich versucht die Dokumentation irgendwie, die, die Rechten sich selber entlarven zu lassen und bietet mit denen, bietet denen dann eine unfassbare, äh, Plattform und eingelullt ist das dann alles auch noch in so eine süße, tatsächlich süß inszenierte Kindergeschichte, ähm, von so einem kleinen Mädchen, wie es dann in einer rechten Familie aufwacht, aufwächst und das, das sind die falschen Zeichen, das ist das Falsche. So, bei einer Dokumentation, es ist ja okay, wenn man irgendwie begleitet und so etwas und auch mal, ähm, äh, einfach nur, äh, zeigt, ähm, das finde ich eigentlich in der Doku eigentlich auch schon fast besser, als wenn, ähm, sie einfach, äh, als wenn sie dann da eine, eine Meinung, eine Haltung einnimmt, weil irgendwo, finde ich, Informationen überliefern und einfach einer Meinung zulassen, das ist ja okay. Meuthens Party, mal so kurz reingeschmissen, Meuthens Party oder Meuthens Partei ist eine Dokumentation, wo, äh, wie heißt der, Jörg Meuthen, einfach mal, ich glaub, zwei Wochen begleitet wurde und da sprechen die Bilder für sich. Aber kleiner Germanen inszeniert ja irgendwie das Aufwachsen von so einem kleinen Mädchen in einer Familie. Und das ist nicht gut, das ist nicht gut. So, das ist so der ernste Teil, gleich wird's lustiger. Hat dich ja scheinbar auf dem falschen Fuß erwischt, die Doku. Ähm, jetzt, ja, jetzt, ähm, meine Frage ist da so ein bisschen, also soll nicht inszenieren und soll keine Meinung abbilden, aber gleichzeitig stört sich natürlich, dass die Rechten eine Plattform bietet, ne? Ist halt ein schmaler Grat. Ich hab das Problem jetzt grad nicht verstanden, also, ganz ernsthaft. Ja, ja, nee, weil du, also, weil du, du möchtest ja sozusagen Neutralität. Ja. Ja, also sozusagen keine Meinung, keine Färbung, ähm, dem zu geben, sozusagen, wenn da Rechte zu Wort kommen, dann kommen sie halt zu Wort. Gleichzeitig möchtest du aber Rechten auch keine Plattform geben. Also tatsächlich in diesem. Das ist halt ne, 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 ne ganz, ja, schwierige Gratwanderung da an der Stelle. In diesem Fall, glaub ich, wär's gut gewesen, dass dann im Grunde dort, ähm, vielleicht tatsächlich dort so ein, so ein, so ein Gespräch oder eine, eine stattgefunden hätte. Oder der eine, der Kubitschek erzählt was und dann geht dann einer aus dem Rechten oder aus diesem, nicht aus dem Rechten, aus diesem, aus dieser Familienhilfe direkt auch mal darauf ein und sagt, so und so ist, erleben wir das. Dass dann einfach im Grunde ein Fakt aus zwei Sichtweisen bereit, äh, dargestellt wird und dann kann man sich ja selber die Meinung, äh, bilden. Aber dadurch, dass das einfach in keinster Weise irgendwie, äh, ja, aufgearbeitet wird und zwei Lager dargestellt werden, sondern immer nur ein Lager, ist es dann halt irgendwie schwierig. So, jetzt werf ich dir, jetzt werf ich dir noch ne ganz gemeine Frage, schwierige Frage an den Kopf. Mal gucken, mach mich fertig! Jaja, ähm, was sagst du dazu, dass, äh, Autor und Regisseur des Films Mohamed Farouk Manage ist? Das sagt mir nichts. Nee, eben, mir auch nicht, aber, ähm. Es hört sich, es hört sich jetzt erstmal nicht urdeutsch an. Meinst du das? So, ja. Ja, ja, genau. Ja. Also ich hab grad mal nachgeguckt, ähm, ist tatsächlich erst vorhin im Iran geboren, aber es ist ein deutscher Regisseur, ähm, warum? Ja, gut, davon bin ich jetzt mal ausgegangen, ja. Ja, aber tatsächlich, hm, ähm, hab ich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht die eine Meinung dazu. Ich, es ist natürlich irgendwo ein Ansatz, das zu tun und natürlich irgendwie dann als, äh, mit diesem Namen dann auch Neurechten gegenüber zu treten und sich womöglich auch mit den Neurechten irgendwie in Clinch zu gehen. Aber, ähm, wie es ich nicht, Name ist nicht alles am Ende. Hm. Ja, also, du unterstellst jetzt aber keine rechte Gesinnung oder irgendwie rechte Sympathie oder so, oder dass man dem, ja. Nein, 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 der Film meint das wirklich gut, was nicht heißt, dass jemand, der nicht mit einem urdeutschen Namen, nicht auch recht sein könnte, ne, aber. Nein, 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 die Doku meint das wirklich gut und hat da die, hat da eigentlich die guten ansätze aber irgendwie ist die umsetzung nicht gelungen und das ist dann halt gerade bei so einem sensiblen thema nicht das nicht gut gleich wird lustiger und ernster weniger ernst na gut ja bei mir wechseln sich jetzt komödie mit sci-fi komödie mit sci-fi noch mal ab ich nehme einen film den ich glaube ich schon mal erwähnt hatte ich glaube auch in der top 5 ich weiß nicht mehr in welcher liste und zwar predestination mit ethan hawk ist ja das ist so ein zeitreise film den alle leute ganz ganz toll finden ich fand den unfassbar ätzend weil der einfach sich auf einer offene auf einem twist basiert der so hanebüchen ist und so an den haaren herbeigezogen dass ich wie du es eben vorhin gesagt hat ist also wo ich mich einfach verarscht gefühlt habe ich einfach so dachte was soll was soll das denn jetzt also das ist doch das ist so ein beknackter twist der 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 ist so elementar aber so weit hergeholt dass das der funktioniert oder dass dieser film funktioniert dass mir so dachte ne 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 das ist das ist blöd das alles doof das ist kein intelligenter sci-fi sondern da dachte sich jemand wie können wir das publikum am geilsten abnatzen und da sieht man auch mal wieder wie ein twist am ende das alles kaputt machen kann also du beziehst dich ja schwerpunktmäßig auf den twist der einfach so hanebüchen ist dass der der den gesamten den ganzen film ruiniert hat ja 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 so bitter manchmal ja stimmt deswegen ja predestination obwohl der durch die bank weg eigentlich gute reviews bekommt aber mich hat hart genervt und dachte mir du bist eine schande du scheiß film ja ja so ja und die ja ich habe noch einen film aus dem endzeit szenario genre und zwar den film how it ends okay der lief mal bei ich glaube auch bei netflix wurden mir glaube ich da auch als original um die ohren geschallert einer der hauptersteller ist forest whitaker der spielt hier einen vater einen ex soldaten und dessen zukünftiger schwiegersohn ist mit ihm quasi in zusammen in los angeles und in dem moment wie es halt immer so ist wird die erde von außerirdischen bedroht oder irgendeine große katastrophe ich weiß es schon gar nicht mehr geschieht und alles hängt jetzt daran dass sie zu der schwangeren frau von zur schwangeren tochter von von forest whitaker kommen also zur tochter die dann zukünftig diesen schwiegersohn heiraten wird und man denkt natürlich geile voraussetzung für so richtig geilen endzeit kracher und alle gehen aufeinander los und alles wird geplündert und alle vorräte werden knapp und klopapier wird gekauft ohne ende stellt sich raus das ganze ist irgendwie fantastisch in ganz viel weiß ich nicht dystopische katastrophen bilder verpacktes schwieger vater sohn drama also man sieht die beiden auf ihrer fahrt zu der tochter und das ganze ist eigentlich eher so ein road movie in dem sich der vater und der zukünftige schwiegersohn näher kommen also schon wieder ein vermarktungsproblem ja wo man sich denkt ey ihr seid jetzt aber total an den erwartungen vorbei wenn ich hier endzeit film habe dann möchte ich auch ein endzeit film und nicht familiendrama sehen ja der das poster sieht jetzt auch nicht unbedingt nach familiendrama aus ja aber der film an sich es geht wirklich dann so darum ja kann er denn an den heren erwartungen seines schwiegervaters kann er da bestehen und das ist dann so letztlich mehr oder weniger der der film klar die erleben einige sachen die dann auch so endzeitmäßig sind aber dreh und angelpunkt ist in dem film tatsächlich so diese vater sohn beziehung oder vater schwiegersohn beziehung und das hat mich irgendwie total genervt wo ich dann denke leute das hätte die echt besser machen können da hat man andere erwartungen an so einen film also da hätte man auch ein anderes ausnahmeszenario machen können was weiß ich sei es eine lawine die irgendwie runterkommt und die müssen dann sich da irgendwie zusammenraufen aber nicht so eins mit hier aliens und weltuntergang und alle jeder gegen jeden und überall stehen plündernde banden an der straße und dann geht es darum dass papa und schwiegersohn sich näher kommen also ein bisschen sehr hane büchen also echt mal ich kann so einem versuch sage ich mal ja auch schon durchaus was abgewinnen oder sogar zu applaudieren weil 10 cloverfield lane hat ja was ganz ähnliches gemacht eigentlich ne sozusagen es findet ja irgendwie eine alien version statt dann spielt der film aber im bunker wo man sich fragt ob john goodman eigentlich einen an der waffel hat was ich aber ganz geil fand also ich fand es da schon ganz cool lag aber eben auch daran dass der film jetzt auch nicht unbedingt als action kracher beworben wurde schon schon durchaus als so eine art ja psycho klaustrophobisches drama ja bei 10 cloverfield lane da hast du aber auch so diese spannung dadurch dass du eben nicht weißt ob der einen an der waffel hat ja oder nein du hast dann diese ausnahmesituation die sind alle in einem bunker gefangen man weiß nicht was ist da oben los und dann hast du szenen wo du denkst okay der meint das wirklich gut der will ihr nur helfen und dann hast du wieder sehen wo du denkst okay das ist hier die nächste natascha kampusch wo dann dadurch dann auch die spannung erzeugt wird aber in dem film hier how it ends das war so jetzt kommt hier wieder eine komponente zu der beziehung hinzu wo der sohn doch noch mal ein bisschen im ansehen steigt wo du denkst ja aber das hat doch jetzt mit der mit der situation da oben nichts zu tun das kann natürlich immer verstärken so ausnahmesituation aber in dem fall war die ausnahmesituation nicht passend zu dem was dann letztlich die handlung des films dann hergegeben hat mit mit der vorgasse ins klo also genau mit aliens wahrscheinlich der pitch genau mit der vorgasse mit aliens ja okay ja cool klingt scheiße ja sehr schön sehr schön sehr schön dann ist phil jetzt wieder dran ja ich nehme eine low hanging fruit ich schmeiß das ja ich schmeiß das genre und ihr wisst wovon ich spreche wetten pass auf drei zwei eins musical ach jetzt ja okay ja genau ja also so aber da könnte ich ja jetzt eine große diskussion oh ja stimmt ja da müssen wir ja 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 ich habe ja über den film noch gar nicht gesprochen genau genau da warten wir auch ganz gespannt auf deine lass dich jetzt bloß nicht von phil beeinflusst ja gut sag sag mal sag mal phil ja nee also tatsächlich disclaimer ja ich habe die nicht überarbeitete version gesehen es ist ja so dass cats in die kinos kam beziehungsweise in die previews und so schlecht abgestraft wurde dass tom hooper sich nochmal hingesetzt hat und die special effects nochmal überarbeitet hat und ein bisschen was anders gemacht hat ich habe tatsächlich die version vor der überarbeitung gesehen das ist der disclaimer nichtsdestotrotz kann ich mir in keinster weise vorstellen dass aus dieser schandtat von schlechten cgi effekten schlecht also eigentlich gut ausgewählt im cast so ian mckellen und judy dench und wie heißt rebel wilson spielt ja auch noch mit aber die also wie sie dann besetzt wurden ganz grausam ja wobei besetzt ist ja nicht mal das problem sondern inszeniert ja ja so also rebel wilson ist schlecht besetzt sich da die muschi leckt ja oder wie judy dench da im katzenkorb hängt beziehungsweise ian mckellen irgendwie im stehen aus andy du hast nicht verstanden ganz genau du bist halt kein katzen mensch unsere katze unsere katze macht das auch so du hast eine katze was das weißt du nicht doch natürlich hat er eine katze der gute junge wie heißt sie denn tiffy judy ja nee genau und das also auf dem kommt überhaupt nicht drauf klar und ich glaube ich bin bei weitem nicht alleine und vielleicht würde mir da andy sogar zustimmen dass es zumindest im genre des musicals die schlechteste interpretation eines musicals ist die man so in dem kino oder in einem film gesehen hat scheiße jetzt habe ich versucht ich zu bekommen aber es klappt ja also es ist es ist eine wahnsinnig problematische oder problem angefüllte wie auch immer adaption von diesem musical sind aber in meinen augen alles technische probleme weil eigentlich wenn wir mal ehrlich sind die songs funktionieren eigentlich die songs sind ja die songs aus dem musical also die songs sind cool und man merkt auch dass da durchaus visuell man einiges reißen wollte wollte genau es waren auch gute absichten dahinter aber das endprodukt was dann dabei rausgekommen ist ist halt wirklich fragwürdig die frage ist dann nur also der pick gilt auf jeden fall dank frage ist es trotzdem dann ein schlechtes musical weißt du weil als 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 musical an sich also so gesang musik bla ist ja eigentlich ist ja eigentlich gut also kann man ja eigentlich nichts ankreiden sondern sozusagen alles andere was nicht musical ist an diesem film ist einfach eine vollkatastrophe ja aber es ist ja ein gesamtwerk so leben viserable das musical oder oder auch andere die 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 schaust du ja nicht um also dann sagst du auch nicht die musikstücke waren gut aber der rest war auch nicht so gut sondern es ist das gesamtwerk so und als gesamtwerk funktioniert katz halt nicht da retten dann auch die teilweise ausgesprochen guten musikstücke auch nichts mehr also ich fand katz gut was also you know when you hear katz bonus bonus content andy gibt jetzt ein review mal ich weiß ja damals gab es ja diese große kritik von wegen oh in der einen szene sind die katzen so groß und in der anderen sind die szenen dann im vergleich zu klein ich habe natürlich auch ein bisschen darauf geachtet aber zum einen vermutlich habe ich dann auch die gedite version gesehen und mir ist das nicht aufgefallen oder selbst wenn es mir aufgefallen wäre es wäre doch für die handlung und für das musical an sich scheißegal gewesen wo ich dann denke werden film wirklich danach beurteilt ob denn jetzt wirklich die katzen in relation zu den stühlen tischen fensterbänken und so weiter immer hundertprozentig sind der hat filme nicht verstanden katz ist eskapismus pur naja weil es eine tolle handlung hat oder so sagen katz ging es ja auch im musical schon darum verschiedene verhaltensweisen von katzen darzustellen und wenn man dann natürlich sagt und wenn es dann natürlich darum geht die zu besetzen wo man sich dann denkt ja so eine etwas elegantere etwas schickliche aber doch trottelige tollpatschige katze zu besetzen da denkt man dann vielleicht auch an james corden und wenn es dann darum geht vielleicht eine katze zu besetzen die vielleicht dann so ein bisschen heißer und schärfer ist dann besetzt man da halt jason de rulo oder taylor swift ich fand also die waren in ihren rollen wirklich alle sehr gut besetzt oder rebel wilson ich meine die sollte ja auch so eine tollpatschige katze kritik ja die kritik ist glaube ich nicht die besetzung oder das casting grundsätzlich doch hat phil gesagt ja das hat phil gesagt aber ich also aus meiner sicht ist die besetzung gar kein problem ich finde die leute sind alle hervorragend besetzt sie sind nur entwürdigend inszeniert also du hast halt so eine judy dench oder so ein jason der rulo oder wer auch immer in diesen komischen kostüm wo man sich eigentlich die ganze zeit fragt haben die die wirklich getragen oder war das jetzt irgendwie cgi oder was ist da los und und das ist alles so also wirklich rebel wilson wie sich dann irgendwie wie gesagt die muschi leckt so da denkst du dir so ach das ist echt das stinkt nach nach karriereknick das ist irgendwie das ist irgendwie nicht so cool und man cringet einfach ganz häufig so in diesem film aber es ist doch das ist jetzt einfach der rolle nicht angemessen ich meine dass wenn man sich das musical tatsächlich angeguckt hat ich habe es damals nicht gesehen aber da waren auch alle menschen ja wie katzen geschminkt wo man sich dann denkt okay als kinderschminken auf dem kindergeburtstag ist das ja okay aber erwachsene menschen möchte ich nicht so als katzen geschminkt sehen aber so war es ja nun mal und ich frage was wäre denn die alternative gewesen hätte man sie denn so komplett kaputt animieren sollen dass man quasi sie gar nicht mehr erkennt sondern höchstens mal so ja könnte jetzt die stimme von von ihren mckellen sein ich finde ich ja ja ich glaube das problem ist halt eben das produktions design an der stelle also gerade für die für die charaktere weil die mit mit diesem film sowas beschritten haben was man was auf englisch uncanny valley heißt was sozusagen sohn 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 bereich ist zwischen echt und unecht wo man einfach sich sehr unwohl fühlt weil man das gefühl hat man weil man nicht versteht was man eigentlich sieht das ist so wie mit mit androiden die so menschen ähnlich sind dass man eigentlich das gefühl hat sie könnten als mensch durchgehen aber irgendwie merkt man irgendwas stimmt da dran nicht ja aber uncanny valley ist ja eher sowas wie gemini man mit dem verjüngten will smith ja auch genau ja ja durchaus aber das macht dieser film dieser film hat das auch weil man sich so denkt okay sind das jetzt menschen die aussehen wie katzen oder katzen die aussehen wie menschen man ist so dazwischen und weiß irgendwie nicht darf ich jetzt eigentlich taylor swift hot finden oder ist das so dummisch schon also man ist dann irgendwie so man ist irgendwie an so in so in so in so einer ständigen spannung und denkt so okay ihr seid eigentlich katzen habt aber eigentlich hände und füße wie menschen und habt aber auch eigentlich menschengesichter aus denen aber gleichzeitig so wie heißen ein fühler hier wie heißen die denn whiskers schnurrhaare 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 da ja genau und man denkt so what also das ist also alles sehr verwirrend einfach ist es maximal und das ist das ist halt also ich habe gar kein problem mit der besetzung ich finde das machen alle im rahmen der möglichkeiten gut aber so wie sie dann inszeniert sind war ich weiß nicht ob die leute da bock drauf gehabt hätten wenn sie anfang an geahnt hätten wo die reise hingeht also ich fand ihn jetzt natürlich auch nicht fantastisch aber ich finde so diese kritik die hat er hat er letztlich auch nicht so verdient ich denke mal natürlich wer das musical an sich gemocht hat und wer kein problem damit hatte erwachsene menschen als katzen geschminkt zu sehen für den ist der film echt gut weil das production value finde ich echt toll die farbgebung finde ich sehr toll dass color grading die ganzen sets finde ich richtig toll choreografie kann ich letztlich nicht wirklich hundertprozentig beurteilen weil ich nicht weiß ob das alles professionelle tänzer sind aber wer das musical an sich mochte der kann mit dem film grundsätzlich erst mal nicht unzufrieden sein und ob man sich da jetzt dann daran auffängt dass rebel wilson sich da einmal irgendwie an der muschi leckt so wie es halt katzen auch so tun ja das ist halt eben keine katze das ist halt eben da ist halt dieses dieses problematische spannungsfeld es ist halt keine katze sondern es ist ja aber ich fand es halt ich fand es halt auch sehr gut dass viele es tatsächlich gut hingekriegt haben so dieses katzenhafte auch in ihren bewegungen einzufangen und das gehört ja denke ich mal auch dazu und auch wenn dann so eine wie claire claire denes nicht mehr judy dench dann da in ihrem körbchen liegt und dann mal so das bein ausstreckt das sind sachen die machen katzen wo ich dann denke ja ihr könnt ja jetzt drüber lachen dass so eine alte frau das bein so hoch kriegt dann sage ich mir ja seid doch froh dass sie das noch kann und sie macht jetzt eine katze nach und katzen machen das nun mal auch und dann gehört das natürlich auch zum musical cats so ja es aber ja es wirkt trotz alledem unrund tatsächlich muss ich mal so sagen hier so und ich glaube es wäre ich glaube es wäre tatsächlich also wenn du sagst tot animiert ich glaube es wäre tatsächlich besser gewesen hätte man einfach die katzen wie katzen animiert also volles cgi katzen den ganzen film über die dann halt irgendwie mit der stimme von wem auch immer singen oder sprechen oder was auch immer wobei das auch schon wieder komisch wäre deswegen ist das eigentlich uninszenierbar dieses musical als film weil du dann ja schon wieder katzen hast die singen wo also so und zwar richtig singen also so jennifer hatzen mäßig singen und du denkst dir so das ist ja irgendwie auch seltsam jetzt also ich ja aber das musical cats wo katzen singen ja mein gott also das argument 25 jahren das kann man ja jetzt nicht dem film aber die bühnenversion ist trotzdem anders irgendwie also irgendwie fühlt sich das anders an auf einer bühne weil man weil man weiß das ist ein mensch in einem kostüm und bei cats dem film weiß man es nicht so genau da ist das irgendwie so ja ich ich deswegen ist der film mir auch so kontrovers glaube ich weil man wenn man da so nicht richtig den finger drauf legen kann was ein da eigentlich stört es gibt sondern man guckt einfach und denkt ja entleisung es gibt auf twitter nicht ich wollte noch was sagen ich wollte nur ich wollte echt noch was sagen jetzt lass sie jetzt will ich nicht mehr andy erzähl doch noch was ja ich wollte einfach nur sagen ich finde man merkt den schauspielern auch tatsächlich an dass die alle tatsächlich bock darauf hatten also gerade auch ja gerade auch ihren mckellen dass der man kennt ja nun ihren mckellen man weiß dass der ja nun nicht gerade so wirklich der dezenteste typ ist sondern auch mal so ein bisschen verschoben ist oder auch in seinem sturm gesetzten alter auch so ein paar abgefahrene t-shirts anzieht so mit nerd humor und so weiter und da gibt es dann eine szene wo er dann wirklich so richtig cool faucht wo ich dann denke ich kann mir richtig vorstellen wie das für diesen alten knacker war der für einen bock hat noch mal so eine abgedrehte abgefahrene katze zu spielen zum beispiel und da ist er nicht der einzige oder james corden das ist doch wirklich eine rolle die ihm auf auf den leib geschneidert ist ja gut ich meine was halt geholfen hat ist der regisseur wo dann natürlich alle irgendwie dollarzeichen und oscar statuen in den augen hatten und deswegen bock hatten da daran teilzunehmen vor allem ja weil weil sie gehofft hatten es würde dann irgendwie auszeichnungen regnen das gegenteil war halt leider der fall also ich probiere es noch mal es gibt auf twitter eine userin at spinat mädchen die ist durchaus bekannt fürs bloggen von irgendwelchen disney park content und disney filmen die ist da relativ hinterher und die hat sich vor kurzem auch cats angeschaut und sie sagt selber sie ist ein großer fan davon hat das in der jugend und in der kindheit einige male geguckt und ja dafür sie findet den film dann auch ganz ganz schlimm umgesetzt und hat das in einem thread dann nochmal dargestellt ich habe das jetzt gerade bei uns in slack in den internen kanal mal reingepostet werde das aber zugleich mal in die show notes reinwerfen dann kann man ja selber da mal sich ein bisschen durcharbeiten aber die aussage wer cats mag wird auch diesen film mögen ist so nicht haltbar mit einer einzelne meinung kann man das natürlich jetzt ja ein spinat mädchen findet den natürlich doof ich beleg dir das ich habe da einen link dazu super andy guck dir das an so natürlich ein super argument ich werde jetzt mal gucken ob ich bei twitter noch jemanden finde der sagt so schlimm wie ihr alle sagt war cats nicht und dann klappst schicht ihr das um die ohren ja aber wenn wenn das genauso wenn das genauso ausdifferenziert ist wie es das spinat mädchen macht indem es da wirklich noch mal sagt was ist gut was ist schlecht und so weiter dann bin ich gerne dabei wir sind hier tatsächlich ja in einem wir leben in einem offenen land jeder kann sein wenn man ja wohl noch mal sagen dürfen genau ich bin ich bin bereit für den diskurs aber ich bin mir sicher du kannst nicht ausreichend argumente liefern gegen mich ja unter spinat mädchen und mich das das geht einfach hier was meinungsmehrheitsdiktatur oder was ja wirklich was das denn wir machen da mal ein twitter wo du systemling du systemling alles was einem die mainstream medien geben oder was ja naja so leicht abgeschweift abgeschweift ja leicht abgeschweift längste top 5 aller zeiten weil eigentlich noch mal hier über cats raven muss ja aber ist das erste mal muss man sagen wir haben uns ja seit zwei jahren oder sowas sehr konsequent daran gehalten keine reviews in die top 5 reinzunehmen ja aber ist ja auch okay ist ja auch genau es gibt immer das erste mal und es tat nicht mal weh ich habe auch noch was gleich wo ich auch noch mal ein bisschen ja komm da machen wir heute die regellose sendung da machen wir heute einfach wir asen genau keine regeln genau wir asen mit der sendung eine schande für die top 5 genau ja super perfekt ja ganz genau hervorragend na gut ähm mein nächster pick ähm nummer vier ist eine komödie die wir vor langen langen zeiten mal in der sneak gesehen haben mit adam sandler und kevin james in der hauptrolle die red ist von dem film chuck und larry wo beide an die erinnert sich beide wo beide so groß sind und irgendwie kumpels und überhaupt und um irgendwie keine müllabfuhrsteuer zahlen zu müssen oder irgendwie so eine scheiße geben die sich dann als schwules pärchen aus ja ich glaube ich glaube es ist wirklich um steuern zu sparen oder irgendwie so eine scheiße irgendwie ist die prämisse sozusagen ausreichend um 90 minuten lang dem publikum die derbsten schwulen klischees und schwulen witze in den rachen zu prügeln zu roten gewissermaßen um dann am ende in den letzten fünf minuten frei nach sozusagen dem hartmann prinzip mit so einer moralnummer zu kommen von wegen so erne kommen eigentlich sind schwule schon cool also ich mein da ist alles gegen die natur aber eigentlich sind ich schon cool eigentlich sind schwule schon echt gute menschen auch und so und da ich mir so what the fuck ist bitte mit diesem film los also der geht gar nicht also an der ist auch sozusagen zu recht auch eigentlich sorry für das schlechte vorspielen in den anderen der filmwelt verschwunden weil weil der einfach unfassbar unverschämt ist weil das einfach nicht geht weil du kannst nicht einfach 90 minuten lang die derbsten klischees wälzen und dann am ende in fünf minuten noch mal zu kommen und so ja nee nee ist alles ist alles cool war alles nur spaß war alles nur spaß aber 90 minuten lang sich einmal das publikum beömmelt und das gefühl hat ja nee wieso sind doch okay solche witze warum warum denn nicht ganz schrecklicher film unter dem kontext habe ich in seiner zeit nicht gesehen irgendwie dann muss ich mir nochmal angucken das hört sich tatsächlich also ich kann es mir vorstellen dass es reinpasst die charaktere sind ja also die schauspieler sind ja auch für so einfachen humor teilweise bekannt adam sandler kevin james ist jetzt nicht gerade intelligenter humor aller hagen rete oder so etwas nicht mehr wer das ist ja siehste siehste hast du was in sachen kultur aufzuholen der ist übrigens auf englisch i now pronounce you chuck and larry hat sogar eine 5,9 auf imdb ja nee ich weiß noch dass ich mich seinerzeit da schon tatsächlich drüber schlapp gelacht habe möchte aber auch ganz offen zugeben dass ich glaube ich zu dieser zeit nicht noch nicht diesen etwas abge also objektiveren blick auf filme gehabt habe wie es heutzutage womöglich der fall ist aber moment das screenplay hat alexander payne mitgeschrieben wer ist das wer ist das wer ist das für unsere hörer die es nicht wissen schmidt und nebraska und sideways what what eigentlich ja ein guter ja was was zum geier wie ist das denn passiert der brauch auch geld ja aber das ja come on ich meine gut da sind vier writing credits auf dem oder drei writing credits eigentlich ja aber das geht nicht das geht nicht das das ist das ist übel das ist ganz übel ja ja wirklich ja wirklich also ich ja der war wahrscheinlich nicht für die gags verantwortlich sondern nur für irgendwie keine ahnung die struktur oder so alter schwede naja wir brauchen noch jemanden fürs protokoll schreiben ja Alex komm her genau ähm ja übrigens äh rhabarberkompott auf twitter fand den auch scheiße so ja ja nur mal dazu sagen der muss es wissen ja eben der muss es wissen ja ähm naja auf jeden fall unfassbarer scheiß Film bitte bitte lass den weg äh wer ist jetzt dran Phil wa oder hier fein und ich ne Andi Andi ne ja 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 mein nächster Film ich weiß gar nicht ob der so eine Schande ist wahrscheinlich liegt es einfach an dem Genre das an sich von einigen von uns wahrscheinlich eh als Schande gesehen wird und zwar der romantische Liebesfilm äh ja ne leider nicht sondern ein Film mit jemandem der sogar in Cats mitgespielt hat mit Idris Elba und mit Kate Winslet äh äh zwischen zwei Leben The Mountain Between Us die beiden spielen also Kate Winslet spielt eine Fotojournalistin und Idris Elba spielt einen Chirurgen die äh bei einem Unwetter ich glaub ein Schneesturm ist das äh unbedingt nach Hause wollen und da alle Flüge gestrichen sind sagen sie komm wir hauen zusammen wir legen das das Geld zusammen und wir chartern uns eine Maschine und wie es dann natürlich so kommt die kleine Chesna äh stürzt irgendwo mitten in den Bergen ab sie sind total Mutterseelen allein keine Rettung in Sicht und müssen dort irgendwie äh überleben ich glaube sie steht glaube ich sogar kurz vor der Hochzeit wie es dann bei solchen Filmen gerne so ist und sie sie kommen ne das war das war ein anderer Film der ist glaube ich aus den 80er ne oder 90er alive glaube ich ähm und wie es halt so ist ne man kommt sich halt dann doch näher man geht durch dick und dünn zusammen ole ole und am Ende kommen sie nicht zusammen weil jeder hat ja sein Leben und irgendwie kommen sie dann doch zusammen und eigentlich ist alles auch scheißegal weil obwohl ich beide darstelle eigentlich sehr sehr mag und auch weiß dass sie sehr sehr gute Rollen spielen können sind mir die Schicksal dieser beiden Personen von Anfang an so scheißegal also ja hat überhaupt nicht funktioniert hm interesting und da merkt man auch gleich wieder dass ich Phil dass ich damit Phil die Kappen gegangen ja ne das Phil guckt bei Twitter weißt du was die genau ich sehe genau genau was hat denn hier Feldmaul Feldhamstereule geschrieben warte ich hab das grad in die Suche bei Google eingegeben bei Twitter eingegeben ich bild mir grad ne Meinung ja genau die Filmkompetenz Wikipedia sagt ja so ja ja hast ihn gesehen Phil nein hab ich nicht gesehen na gut nein ja bin ich jetzt dran gibt's noch was hinzuzufügen nö Andy ne ich hab noch mal kurz gegoogelt und tatsächlich sie ist eigentlich mit diesem Flug auf dem Weg zu ihrer eigenen Hochzeit und ne wie es halt immer so ist oh stürzt mit dem Flugzeug ab lernst einen anderen Mann kennen und dann steht der Bordigam halt alleine da ja ja man kennt das ja auf genug vorgekommen wink mit dem Zaunpfahl nochmal hier willst du nicht den haben was für die rosamunde Picher Ultras ja ja ach naja ähm so Phil bist du bereit bist du mental gestärkt ich bin mental gestärkt um jetzt um jetzt deinen letzten Pick nochmal raushauen also bisher äh auch gar nicht mal so sehr verkackt bei deinen Picks also es bewegt sich alles ja also naja ich bin gespannt ich auch kommt jetzt Metapick wieder ja äh Andy hat das Genre schon mal angerissen ähm und das ist mein Lieblingsgenre Musical und von daher äh der Horror ne genau ah dann also doch Musical liegt liegt ist ja irgendwie nah da irgendwie auch nochmal in äh also tatsächlich gibt's ja viele schlechte Horrorfilme The Dentist und so weiter aber ich das war mir zu einfach irgendwie zu sagen ja Gott der ist schlecht gemacht und irgendwie dafür gibt's auch irgendwie ne 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 Fanbase aber ähm wo ich dann wirklich auch emotional nannte ich also so psychische Schmerzen emotionale Schmerzen bei hatte weil er für mich dann doch ein krass zu extrem ist ist äh ja ne ich wollte noch ganz kurz einwerfen äh um deinen letzten Blick nochmal komplett zu ruinieren ähm ne weil was ja sozusagen eine Schande für das Genre ausmacht ist dass dieser Film äh als Film in diesem Genre nicht funktioniert ne also alles was sozusagen jetzt Horror ausmacht ist dann halt schade also deswegen war ich bei Cats auch gerade so mh weil eigentlich alles was Musical ausmacht ist in diesem Film ja eigentlich okay also ist ja nicht mal das Schlechteste an diesem Film ne deswegen ist das so eine Sache das heißt wie du grad äh eingangs richtig erwähnt hast jetzt ein Horrorfilm nur weil der halt irgendwie schlecht ist ja mein Gott dann ist ja halt keine Schande aber wenn's halt ein Horrorfilm ist der sozusagen daran scheitert sogar ein Horrorfilm zu sein sozusagen das essenziellste was ein Horrorfilm ausmacht dann ist es natürlich ein legitimer Pick aber mach mal bitte ja jetzt hast du jetzt 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 äh also tatsächlich äh äh wird er dem Horrorgenre gar übergerecht weil er da tatsächlich dann meines Erachtens über die Stränge äh schlägt und das im unschönsten Sinne es geht um Serbian Film oh hast du den gesehen? den hab ich gesehen oh echt? ja ja krass krass alter ab heute indiziert der Podcast wie bist du drauf? ja wirklich uff uff also es ist ja auch so dass es den durchaus in mit einer FSK 18 hier in Deutschland gibt so ist es nicht was? äh zwar in einer gekürzten ähm in einer gekürzten Variante ähm aber es äh gibt ihn ja tatsächlich so ja erzähl doch mal ja ganz genau also es geht darum ähm ähm spielt spielt in Serbien und äh ein ein Pornodarsteller kommt äh kriegt ein ziemlich attraktives äh Angebot dass er bei einem ähm ähm Porno mitdrehen soll aber er kriegt das Story äh also das Drehbuch vorher nicht sondern soll einfach improvisieren und ähm ja äh er liegt los und soll dann auf einmal dann äh äh ein ein junges Mädchen schlagen das das macht er dann am Ende auch weil das unter Druck gesetzt wird und das ist dann halt der Anfang wo dann äh viel mit äh Gewalt gegen Oh ich hör schon den Hubschrauberkreisen die holen dich Gewalt 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 gegen Kinder Gewalt gegen äh äh Säuglinge äh stattfindet und äh ich fand Hostel 2 schon sehr anstrengend wo dann ähm wir hatten vor kurzem glaube ich darüber gesprochen ähm äh wo wo dann im Grunde ein Mensch kopfüber über einer Badewanne aufgehangen wird und dann im Grunde die die Kehle durchgeschnitten wird und dann ein Mensch der dafür noch bezahlt sich in diesem Blut äh äh säubert wäscht was auch immer das fand ich schon schlimm und dann kommt noch ein dritter und säuft das ne das nicht äh weiß ich gar nicht ähm und Serbian Film warum nicht sollte eigentlich wirklich deutlich deutlich über das Maß dessen was äh Spaß macht und was irgendwie Horror auch so mit sich bringen soll irgendwie so ein Gruselfaktor auch ein Unsicherheitsfaktor gerne auch ein Ekelfaktor sondern der Film inszeniert das schon alles äh sehr sehr realistisch und überschreitet dabei diverse Grenzen der äh der der Menschlichkeit der Ethik und der Moral und das ist einfach ganz 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 Aber das tun ja viele Horrorfilme ne finde ich also wie du ja selbst gesagt hast grad Hostel und so Saw ist ja auch so äh ja da 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 werden also weiß ich nicht das so blödsinnig als Torture Porn irgendwie alles das sind das das sind zumindest in Anführungsstrichen Erwachsene ähm aber da geht das ja dann irgendwo dann doch in diesem Film viel darum dass äh 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 Kinder und äh Säuglinge gequält werden es geht darum dass äh du im Grunde live dabei zuschaust wie Menschen geköpft werden und so etwas und das sind Dinge die einfach äh also die 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 so die 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 auch dann mit der entsprechenden Kraft geköpft werden das ist nicht mal so wie bei so einem Fallball zack Kopf ab wie bei so einem schlechten oder einem normalen Horrorfilm äh wo dann auch ein bisschen Blutspritz und sowas sondern ein Serbian Film ist da schon sehr realistisch und das ist einfach zu viel des Guten das das hat auch nichts mehr mit Provokation oder so etwas zu tun das ist einfach zu viel und deswegen ist das für mich eine Schande für das Horror Genre dass dieser Film es überhaupt auf dem Markt geschafft hat hat so was wie hat er ja nicht oder also weil du kriegst den ja nicht irgendwie so über der Theke sondern du musst ja irgendwo runterladen so so wie das halt bei Filmen ist die nicht beworben werden dürfen und ähnliches so er war aber dann ist ja indiziert genau also er war mal auf dem Markt er wurde dann irgendwie runtergenommen kontrovers diskutiert ihn gibt es in der geschnittenen Fassung es gibt ihn in der indizierten Fassung und das ist sind im Grunde für mich dann schon ausreichend aus Anlässe aufzuzeigen dass das vielleicht ein Film ist wo man es wo sich irgendwelche Leute zusammen gefunden haben meinten wir machen den heißen Scheiß aber dabei komplett überdreht sind komplett überdreht so da haben wir den Downer noch mal hier reingebracht jetzt liegt es an euch die ganze Sache wieder nach oben zu ziehen aber war Serbia nicht irgendwie auch deswegen so krass weil er so realistisch ist oder auch so den Anspruch hatte da irgendwie so Gräueltaten zu zeigen die wirklich geschehen sind du ich weiß es nicht also ich habe mich jetzt mit dem Hintergrund weniger beschäftigt ich habe den gesehen und dann ganz schnell auch wieder eigentlich vergessen und genau für solche Top Fives oder so etwas kram ich dann doch noch mal hervor dass sie dass diese dass das ist da so dunklen Fleck in meiner Filmsichtungsliste gibt in der Film Kompetenz Wikipedia steht nicht dass er irgendwie sich dokumentar quasi dokumentarisch an realistischen Begebenheiten orientieren immerhin das ist wohl nicht der Fall immerhin ja ich das ist ein interessanter Pick tatsächlich also weil also die Frage ist ja schon berechtigt zu sagen wie wie weit da Provokation gehen sozusagen hat Provokation überhaupt Grenzen weil deswegen heißt es Provokation aber ich glaube schon dass dass man sozusagen ist auch übertreiben kann eigentlich in jedem Genre dass man einfach auch kein kein Spaß mehr dran hat also wie mit scharfem Essen also irgendwann irgendwann tust du halt so viel rein dass du dann noch das Gefühl hast ja okay jetzt macht es aber auch keinen Spaß mehr oder also zu viel zu viel des guten ist dann halt irgendwie auch ganz genau da da ist es wirklich ganz ganz vorne mit dabei und selbst selbst wenn man irgendwie und ich mag ja tatsächlich so Torture-Porn ich gucke mir dann doch am Ende gerne Hostel an ich gucke mir auch gerne Saw an ja weil weil ja es macht mir dann doch Spaß irgendwie da anderen Menschen dabei zuzugucken wie sie gequält werden so aber der Serbian Film ist da wirklich ja das Maximum was überhaupt nicht geht selbst wenn man da irgendwo in diesem Genre in diesem Subgenre Torture-Porn dann irgendwo so seinen Spaß dran hat der gehört nicht dazu interesting ja na gut dann mein letzter Pick ich mache jetzt auch einfach direkt Review weil wir den Film auch noch nicht in der Sendung besprochen haben deswegen mal jetzt haue ich den jetzt einfach hier raus und drückt den hier noch mit rein mein letzter Pick ist auch ein Pick aus meinem Lieblings Genre nämlich sci-fi und ist ein Film aus dem Jahre 1984 und hört auf den Titel Dune der Wüsten ja genau den habe ich mir neulich zum ersten Mal angeguckt ein bisschen vor dem Hintergrund dass ja den Nivel Neuf seines Zeichens Regisseur von Arrival Blade Runner Prisoners Enemy und noch vielen weiteren guten Film sich angeschickt hat da ein Remake von zu drehen das dieses Jahr hätte wohl rauskommen sollen aber sehr wahrscheinlich eben auch auf nächstes Jahr verschoben wird oder vielleicht sollte der auch nächstes Jahr erstatten wer weiß ja und ist ein Film basierend auf eben einem Roman von Frank Herbert Dune und Regie geführt hat nach mehreren Regie wechseln bei diesem Projekt David Lynch der sich auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet und ich habe diesen Film geschaut mit dieser Anforderung oder mit diesem Anspruch den ich sozusagen an viele Filme die ich noch nicht kenne die aber irgendwie so ein gewisses Renommee haben von wegen ok krass jetzt mal hier so ein richtig geiler sci-fi Film so a la Blade Runner vielleicht oder irgendwie sowas und ich muss euch sagen was eine Scheiße ist dieser Film bitte und dabei dabei ist das Problem nicht mal als sozusagen das umgekehrte cats eigentlich das Problem ist nicht mal die Ausstattung oder die Spezialeffekte oder irgendwas sondern das Problem in diesem Film ist einfach die bodenlose freche Struktur die einfach voraussetzt dass man in dieser Welt aufgewachsen ist und weiß wovon the fuck die einfach die ganze Zeit quatschen in diesem Film und du eigentlich die politischen Strukturen dieses Universums komplett begriffen haben musst um irgendwie zu verstehen wer jetzt mit wem und warum und überhaupt und dann ist der Film in in einer Art und Weise auch geschnitten wo du komplett lost bist die ganze Zeit und dich fragst wann spielt das jetzt passiert das jetzt parallel zu der anderen Handlung oder es ist jetzt 5000 Jahre in der Zukunft was passiert hier und dann ist das Schauspiel auch kacke und dann ist so viel Exposition in diesem Film also der Film fängt an mit einem mit mit einer mit einer Weltraum Ansicht wo dann irgendeine Prinzessin die später gar keine Relevanz mehr spielt in diesem Film dir erstmal die erste Hälfte von diesem ganzen Buch in die Kamera erzählt und immer wieder dabei auch ausblendet und du denkst okay sie ist fertig und dann kommt sie noch mal wieder und erzählt weiter und dann blendet sie wieder aus und dann kommt sie noch mal wieder und fängt an mit den Worten ach ja was ich vergessen hatte zu sagen und du denkst dir what also hat dieses Drehbuch irgendjemand vorher noch mal gelesen und sich gedacht ja komm das können wir eigentlich rausstreichen oder oder das können wir besser machen oder dem Publikum auch nicht erzählen worum es in diesem Film oder worum es jetzt eigentlich geht sondern es vielleicht auch irgendwie filmerisch handwerklich umsetzen also dieses klassische Prinzip von show don't tell macht dieser Film also hat dieser Film noch nie gehört noch nie verstanden also wird einfach dir erzählt was was Sache ist und dann wird auch was einfach eine totale Schande ist für eine Buchadaption in Filmform hat man sich so einem stilistischen Mittel sozusagen bedient wenn man so nennen will indem du die Gedanken der Charaktere hörst und zwar aller Charaktere also es passiert was und dann gucken die Charaktere so ganz bedeutungsschwanger sich an und währenddessen hörst du die Gedanken von dem Charakter und dann denkst du so okay nicht atmen und dann denkst du dir so was warum und es trägt nicht zur Handlung bei es ist so ein absolut beschissener verschissener scheiß Film ich konnte es nicht ertragen wie schlecht der war und dabei denkst du dir so Dune krass jetzt wird der hier geremaked und alle auch auf Twitter wie alle ausrasten weißt du da wurden so vier Bilder veröffentlicht von diesem Remake und alle Fanboys hart am abfappen so wie geil wie geil sieht das aus ey Danny will so rasieren und denkst du dir so ey der Dune von 1984 sieht auch geil aus aber der ist halt ein totaler scheiß Film und das ist so schade weil du einfach siehst wie viel ähm äh originalität gewissermaßen in die Ausstattung von diesem Film geflossen ist weil der wirklich echt avantgarde ist also der macht echt Dinge wo du denkst du krass also so hat man so noch nicht gesehen übrigens auch das fünfte Element sich ganz 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 massiv glaube ich inspirieren lassen auch von diesem Film also da sind Dinge drin die man vor 1984 glaube ich nicht gesehen hat aber nichtsdestotrotz ist einfach ja hilft die Ausstattung dieses Films nicht darüber hinwegzutäuschen dass er total seltsames Schauspiel hat ein total strukturloses Drehbuch wo du einfach nicht verstehst worum es geht ähm und einfach auch den Kern glaube ich dieser dieser Novelle oder dieses Romans einfach auch überhaupt nicht auf den Punkt bringt sondern einfach sich irgendwie verfranst in irgendeinem ja in irgendeinem so ein sci-fi 0815 allerweltsbrei und und du denkst ja okay und das soll jetzt dieses dieser wegweisende unverfilmbare Roman sein also inwiefern der unverfilmbare sehe ich ja jetzt an an diesem Film also ja Vollkatastrophe totale Vollkatastrophe dieser Film habt ihr den gesehen nein zum Glück nicht offensichtlich vor Urzeiten mal bitte guck dir den mal an unter aktuellen Gesichtspunkten ist unerträglich der ist unerträglich und versagt einfach als Science Fiction Film auch weil du weil es einfach mit mit irgendwie Raumschiffen und Weltall halt nicht getan ist sondern der muss ja was der muss ja was geben was zu denken geben irgendwie die anregen oder oder die zu denken oder oder irgendwie eine Vision der Zukunft zu präsentieren aber das ist so substanzlos alles dass du dir so denkst ja ist mir egal interessiert mich halt gar nicht also es regt genau eine Reaktion ja ja also ganz ganz beschissen und vor allem ich habe dann in dem Zuge sozusagen back to back mir nochmal Blade Runner angeguckt zum zum sechzehnten Mal und fand es dann ganz ganz krass dass Blade Runner zwei Jahre vorher raus kam und einfach so eine Augenweide ist eben im Sinne von wie er eine Welt aufbaut und auch mit wenig Dialog dich diese Welt trotzdem begreifbar macht und dir auch begreifbar macht okay nach welchen Regeln funktioniert diese Gesellschaft und was steht eigentlich auf dem Spiel und worum geht es und was sind die Motivation der Charaktere und das Ganze ist eingefangen in Bildern einfach zum Niederknien wo man die man heute noch guckt und dieser Film ist annähernd 40 Jahre alt und du guckst das heute und denkst dir so krass das das sieht alles so geil aus es ist alles so gut und funktioniert einfach so gut für die Story und dann kommt ein Film wie Dune zwei Jahre später raus und denkst dir so okay das ist einfach so schlecht gealtert alles das ist so das ist so beknackt und so hohl und substanzlos und 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 random so einfach nur random zusammengeklatscht wo du auch so Handlungen teilweise auch nicht verstehst da gibt es so eine Szene mit wie heißen ja hier Lord Harkonnen oder irgendwie so wo du denkst okay das ist irgendwie wie Fat Bastard aus dem Goldständer Film so und du dich so fragst okay was soll dieser Charakter was macht der wieso und dann macht er so ein paar Dinge in dieser Szene wo du so denkst das ist auch nichts motiviert also das hat überhaupt keinen Sinn keinen Zweck das einfach nur ja okay der bringt jetzt halt wen um aber warum wer ist diese Person also keine Substanz für nichts grauenhafter Film ich streiche ihn vor meiner Watchlist ja neun Sterne ich habe bei Twitter auch gut weg ja ja genau bei Twitter auch gut weg bei hier genau ja bin erst mal zu David Lynch nach Hause gefahren habe ich mit dem Kühlschrank geschwissen ich glaube ihr nehmt mich nicht ernst ja ne also hier fette Ferkelsau hat geschrieben sein Meilenstein im Science-Fiction-Genre fette Ferkelsau ja 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 also ja Dreck also ich habe ihm 4 von 10 gegeben alleine nur wegen der Ausstattung ausschließlich wegen der Ausstattung und wegen des Versuchs ja wegen schierer Existenz ja genau so aber ich bin gespannt ich bin gespannt auf den Denis Villeneuve Film kann kann nur besser werden wirklich ja und das kann Andi jetzt antreten Leine Herzüberleitung ja aus der Hölle jawohl mein letzter Pick der feine Pick dieser Sendung muss man sagen ja da fällt es mir schon schwer zu sagen es eine Schande für sein Genre denn laut Filmkompetenz Wikipedia kann ich für diesen Film schon mal gar kein Genre sehen aber ich würde gerne den Vergleich ziehen zu einem Film den ich sehr mag und zwar zu Into the Wild damals von Sean Penn mit Emil Hirsch in der Hauptrolle der einen jungen Studenten spielt der merkt dass der Weg an der Universität und hin zur Karriere nicht der richtige für sich ist sondern der ein Aussteiger wird der in die Natur geht und mit der Natur gemeinsam lebt und in ihr quasi letztlich dann auch aufgeht also ein Film der so ein bisschen Respekt für die Natur Liebe zur Natur darstellt und sowas ist finde ich immer sehr schön weil ich das auch sehr in mir habe und das genaue Gegenteil davon ist der deutsche Film aus dem Jahr 2016 der auf den Namen Wild hört der wurde damals ich glaube sogar in Nerd Talk mal empfohlen ich glaube von Lars ja Lars ist schuld immer auf die die nicht mehr da sind ganz positiv bewertet der Film spielt in Halle also in Deutschland in den neuen Bundesländern dort gibt es eine junge Frau die auf ihrem Weg zur Arbeit beim Spazierengehen in einem Park in der Nähe ihrer Wohnung einen Wolf sieht und diesen dann irgendwie einfängt und bei sich in die Wohnung packt und dadurch dass sie sich jetzt mit diesem Tier beschäftigt lässt sie auch immer mehr ihre eigenen Triebe aus lebt immer weiter zurückgezogen bricht den Kontakt zu ihren Kolleginnen ab und hört immer mehr auf ihre eigenen Instinkte passt sich quasi dem Wolf an wo man dann denkt hm okay ja kann man machen ist auch bis zu dem Punkt gut wo es dann eine Szene gibt wo sie ihre Monatsblutung hat und der Wolf angedackelt kommt und ihr einfach mal den Schoß ausleckt wo man sich dann denkt ja ne das hat jetzt mit Liebe zur Natur und Vermitteln von Werten irgendwie nicht mehr wirklich viel zu tun also da bin ich bei dem Film dann ja der Wolf wird gespielt von Rebel Wilson und singt auch genau ja aber totale Fehlbesetzung sagt Spinatmädchen aha lustig ja 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 also ich fragte mich dann letztlich was will mir dieser Film sagen halt so diese so eine Parabel von wegen ne was passiert wenn wenn ein Mensch Ethik und Moral über Bord wirft und wirklich nur noch auf seine Instinkte hört aber ne das war mir ein bisschen zu viel Experiment bisschen zu wild ja ein bisschen sehr zu wild wild ja du also ja du also ich sag mal also ich glaub das ist eine Parabel eine Metapher auf die Domestizierung des Menschen und den Weg zurück zur Natur finden zum inneren Kern zum wilden Tier in sich ja grundsätzlich ja schon aber ich find's toll wie du versuchst diesem Film dann irgendwie noch einen tieferen Sinn und Zweck zu geben Micha ja gut muss ja ne ja ganz genau ja ne sonst würde er heißen Wolf leckt Frau ja einfach it is what it is tatsächlich ich hab mal ich hab mal geguckt also so spontan find ich keine Besprechung von Wolf aber wir haben natürlich auch viel über Wolf of the Wolf wild wild also ist das das achso deswegen finde ich ihn nicht auf die Überleitung zu Wolf of Wolf ich bin jetzt gespannt ne 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 tatsächlich ich hab einfach falsch gesucht ich hab nach Wolf gesucht ja weil Wolf so und vielleicht find ich dann tatsächlich ne der Wolf ist besetzt von der Wolf und singt dann noch shit Frau Schmidt oh god genau das gibt's doch gar nicht das gibt's doch gar nicht genau sie ist am Bluten und der ist so das gibt's doch gar nicht also oh shit Frau Schmidt sie bluten ich hab irgendwie das Gefühl das wär der bessere Film ja naja Grüße gehen raus an alle Millenials die gar nicht wissen worüber wir grad lachen genau stimmt ja ja oh god ja wir haben alle also insbesondere wir beide mich haben laut mitgesungen früher natürlich 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 Grundschule schön hier oh shit Frau Schmidt ja natürlich wir kamen hier schon sehr erwachsen vor war das eigentlich so Kindergartenrap oh ja 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 schlimme Zeiten waren das ja Mensch war auch ne 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 schlimme Filmsendung ja ne du also ein bisschen ein bisschen die Regeln gebogen diesmal aus einem anderen Grund äh ne Schande ja Schande für die Top 5 ähm war aber okay würd ich auch sagen dafür dass es eine Top 5 ist sozusagen ist sie halt vor allem daran gescheitert was eine Top 5 ausmacht ähm von daher durch das legitim ähm aber ja ne so anderthalb anderthalb zwei Stunden das kann man machen anderthalb Stunden sind's gewonnen genau lasst uns lasst uns Kommentare da fleißig ne was was ist für euch was sind für euch Schandfilme ähm die die mal gar nicht gehen so in ihrem Genre und ähm ja drückt die Glocke abonniert uns und ähm wenn ihr wenn es euch gefallen hat empfehlt uns euren Freunden und wenn es euch nicht gefallen hat empfehlt uns euren Feinden schenkt eurer Oma ein ein Nerd Talk äh Abo zu Weihnachten ganz genau sagt schon Merkel einfach mal für die Familie einen Podcast aufnehmen und weitergeben ja in diesem Sinne viel Spaß genau tschüss magst du tschüss tschüss bei dem der ist eine die im